Gude, mein Name ist Burkhard Röder, ich bin von der Kulturwiese Nonstock e.V. und wir sind hier bei der Nonstock Farmers Edition 2017. In Fischbachtal wird auf dem Röderhof in Nonrott gerockt. Die 800 Tickets für das Event mit über 40 Eggs sind ausverkauft. Gude, ich bin der Yannick, ich komme ein bisschen ums Camping hier und wie ihr seht, 250 Zeltplätze sind nur die angemeldeten. Wird immer mehr, wird immer mehr und unser Motto seit 12 Jahren, wir rocken auch bei Pisswetter. Ja, worauf ich mich ganz besonders freue, das ist nicht nur das Musikprogramm, sondern das, was hier in der Hallenbühne stattfindet. Wir haben hier einzelne Teams und unser Team hat dieses Jahr es fertiggebracht, einen Drechsel-Workshop zu organisieren. Wir haben eine Was bin ich Show, kennt ihr vielleicht noch aus den 80ern und es gibt Filme mit den Regisseurinnen hier, die Rede und Antwort stehen, es gibt einen Poetry Slam und und und. Wenn ihr mehr dazu wissen wollt, geht auf nonstock.de. mit dem Regisseur auf dem Regisseur Ja, schwö auf den Regisseur bis Ende Je ne zu